Die Fachhochschule des BFI Wien bietet als wirtschaftswissenschaftliches, tertiäres Bildungsinstitut 8 Bachelor, 6 Masterstudiengänge und 11 Postgraduate Lehrgänge an. Die Fachhochschule mit TCTS Punktesystem und Diploma Supplement Urkunden besuchen ca. 2119 Studierende, davon ca. 70% berufsbegleitend. Der FH-Standort befindet sich in der Wohlmuthstraße im 2. Wiener Gemeindebezirk Leopoldstadt. Einige Studiengänge werden im Media Quarter Marks im 3. Bezirk Landstraße durchgeführt. Gründung und Entwicklung Im Wintersemester 1996 wurde erstmals ein Diplomstudiengang Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung abgehalten. 1998 wurde ein Diplomstudiengang Bank und Finanzwirtschaft und 2001 ein Diplomstudiengang Projektmanagement und Informationstechnik gestartet. Die Organisation war zunächst ein Erhalter von FH-Studiengängen und erhielt 2002 den Status einer Fachhochschule. 2003 wurde ein Postgradualer Lehrgang MBA Risk Management eingeführt und der bereits bestehende Diplomstudiengang Bank und Finanzwirtschaft auf, einen 6-semestrigen Bachelorstudiengang und einen 3-semestrigen Masterstudiengang umgestellt. 2006-07 folgte die Umstellung aller Diplomstudiengänge auf Bachelor- und berufsbegleitende Masterstudiengänge. Studien- und Lehrgänge Bachelorstudiengänge Ein Bachelorstudium bietet einen praxisorientierten akademischen Abschluss nach 6 Semestern. Die Studiengänge werden Vollzeit- oder berufsbegleitend angeboten, Arbeitsgestaltung und HL-Management, Bank- und Finanzwirtschaft, europäische Wirtschaft und Unternehmensführung und berufsbegleitend, European Economy and Business Management, Film-, TV- und Medienproduktion, Logistik- und Transportmanagement, Projektmanagement und Informationstechnik, technisches Vertriebsmanagement, Masterstudiengänge. Das Masterstudium ermöglicht nach dem Bachelorabschluss die weitere Vertiefung und gleichzeitig eine intensivere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Thematik besonderer Wert wird auf die Vermittlung von Management-Skills und Führungskompetenzen gelegt. Die Masterstudiengänge werden nur berufsbegleitend angeboten, europäische Wirtschaft und Unternehmensführung, International Banking and Finance, Logistik- und Transportmanagement, Projektmanagement und Organisation, quantitative Asset and Risk Management, Strategic HR Management in Europe, Weiterbildungslehrgänge. Das Fachhochschule-Studiengesetz räumt Erhaltern von FH-Studiengängen die Möglichkeit ein, Lehrgänge zur beruflichen Weiterbildung anzubieten. Akademische R-CSL-Managerin, Akademische R-HL-Managerin, Akademische R-NPO-Managerin, Akademische R-Rechnungshof-Prüferin, Akademische R-Wirtschafts-Coach, MBA Film, TV und M-Digital Media Management, MSC Governance Audit, MSC CSR und M-Ethisches Management, MSC Marketing und M-Business Management, Short-Cycle Academy, Zertifikatskurs Unternehmensumfeld Schwarzmeer Region.